Musik Prost, wie ist dein Status? Kommen zu euch. Verstanden. Wir sind unterwegs. Auf den Hubschrauber achten. Sieht aus, als wären wir außer Sicht weiter. Sellenblock. Eingang voraus. Shadows versperren den Weg. Schicken wir sie zur Hölle und gehen rein. Boah, hier. Will mir abgehen, ha? Ulk-Reul. Ulk-Reul. Versperrt. Knock, knock. Oh, ja. Feinde im ersten Stock. Hey. Es kommen mehr, die Ritter runter. So, wir beschäftigen sie oben. Brücke vor. Verde weg. Ich folge dir, Sergeant. Alejandro ist hier oben. Gegenwehr. Ich hab sie. Alejandro ist den Flur runter. Rechte Seite. Mit Gegenwehrrechnung. Mach mal die Sombra. Da ist Alejandros Zelle. Öffne sie. Ich gebe Deckung. Sobald ich dieses Schloss knacke, stürmst du rein. Alles klar. Au. Ach so. Dafür sind wir gekommen. Alejandro. Hey. Wie wär's mit Danke? Ach, mich auch. Sie haben Wachen auf allen Etassen. Bereithalten. Einser Silde. Schau. Er wird für mich egal. Schau aus der Puta. Fällig, dann ist was nicht bewegt. Yeah, baby. Wir sind sicher. Los Vaqueros sind in diesen Zellen angesperrt. Wir sind da, Vaqueros. Zeit nach Hause zu gehen. Wir sind hier, hermanos. Wir holen euch raus. Brechen wir die Füren auf. Wir sind elektrisch verriegelt. Schalte aus dem Kommando-Posten am Flurende. Hör dabei. Komm. Hör alle, mis hermanos, hasta la muerte. Schatz in Parra hat Waffeln. Nimm eine und warte hier. Kommandante, estás vivo? Der Rest von euch mit mir. Bendito sea. Ninguna Prisión puede detener a los Vaqueros. Gut gut. Genau. Schrauben euch alle eine Waffe. Schrauben euch alle eine Waffe. Das war der Spicerraum. Wir stiften etwas Chaos. Orale. Orale. Die Shadows wissen von uns Die Shadows wissen von uns Oh fuck Oh fuck Oh oh große raum da kommt er also hier hier müssen wir lang okay alles da abverstanden das macht alles gewappnet auf dein zeichen nach unten und raus fressen uns in anderen verschwinden furcht ihr fahrzeuge präpariert das sprengladungen für unsere blut angebracht besser nicht das darf nur ghost wir müssen über den hof damit alle rauskommen die voranzubt machen wir den sommer als die hölle heiß jo direkt in die granade genau so normal weil es so schön war besser nicht das darf nur ghost wir müssen über den hof damit alle rauskommen die 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 so ich verschwinde mal in den lörd mein gehäuse ist gerade ankommen jetzt heißt das pc umbau ich wünsche sehr viel spaß mein lieber sehr viel spaß und das alles funktioniert weiß der technik die begeistert manchmal ganz viel spaß dabei diese shadows sind verrückt seltener johnny verdammt der mächtige ernst scheint ruhig zu sein alles gut was wir im kampf brauchen können johnny bestätigt das ist doch ausrucken bakero roger wir müssen den hoff station dr ja 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 weiße warum ich habe doch was finde ich blöd jetzt aber Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weiter geht's. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Die Wahrheit. Die Wahrheit.